ja zum top der hat es nicht ganz gereicht er ist nur tier 9 aber in seine matchmaking hat wenigstens das top tier geschafft das mit das mit damit herzlich willkommen zu let's play world of tanks ein replay vom wz 120 dem tier 9 mittleren panzer eingeschickt von eks flair im tendenziell leicht unterlegenen team von den wertungen aber als tier 9 im tier 8 7 gefecht da kann auf jeden fall seinen spaß haben deswegen sind wir sehr gespannt mit was er uns hier verwöhnen wird mal schauen die kamerasicht ist von ihm das ist seine sicht die ist natürlich jetzt spannend weil von so aus stellt sich mal das ist ein bisschen der gta-stil von früher das heißt die on top sicht und irgendwann vielleicht kommt schon mal ein panzer rein vielleicht ist auch noch gerade am was macht man denn in der sicht warum schaut man denn so auf sein monitor was denn da auch so spannend man sieht ja gar nichts so jetzt denkt da läuft da läuft der powerslide so also jetzt hier vorne muss auch aufpassen dass er nicht zu schnell zu hart gas gibt da ist er offen weil er hat hier nur aktuell den komet hinter sich was aber beim bz sehr schönes ist der alpha schaden der für den premium panzer da jemand he geschossen der für den premium panzer sehr für den premium für den medium panzer das wollte ich natürlich sagen sehr ordentlich ist jetzt gerade gesehen knapp 420 schaden das ist ein schöner alpha schaden sehr schön mitgedacht und zündet ihn auch noch an hat er gelöscht aber sehr schön mitgedacht wie er da noch zurückgefahren ist und danach den schuss auf den panther zu setzen und der dann damit auch zerstört werden konnte so er packt sich wieder etwas nach vorne aber jetzt ist da niemand zu sehen ein dahinter in der 13 90 der versucht sich hinter die jungs zu schleichen schön gedacht aber nicht mit dem bz so ja 13 90 netter versuch better luck next time würde man mal wohl festhalten hat ihn ordentlich überraschen wollen aber ging nicht ich glaube auf dem hügel davon ist gar nicht so viel der sta klar der ist wahrscheinlich sogar immer noch dass er da steht aber sonst stern sehr viel offen also aktuell fehlt noch der 500 der rheinmetall und der type weil der sta der hammer ja da vorne gespottet gab bin ich gespannt ob er da als lange hier noch verweilen wird ja jetzt scheint sie zu jetzt scheint er vorzufahren bisschen vorzutasten hinter den weihnachtsbäumen versteckend noch ein stück er ist natürlich ganz alleine das ist eine unschöne situation weil so ein bisschen mehr hätte man doch gern verstärkung aber der da sta jetzt sogar wegfährt kann man sich sicher sein dass da oben keiner mehr ist weil der ist auf der flucht wie harrison ford damals in auf der flucht klasse film übrigens kommt leider viel zu selten so die anderen beiden sta und type sitzen da unten fest und er nimmt seine gta sicht wieder ein das ist kurios und macht nachher stelle klar für teilbelangts definitiv aber jetzt hat er wieder auf normal jetzt rand er den erst mal weg und jetzt geht er auf den erste a schöner move ganz schön gemacht den weg zu ram und dann langt nicht schade schade aber der move davor war echt schön da den weg zu ram und dann den nächsten schuss direkt für den sta zu haben schade dass der was er da ein bisschen wenig schaden gemacht hat bei seiner ram aktion gegen die erste a das wäre gleich direkt der nächste die nächste ram attack so jetzt aber da vorne der knubbel der gegner die sind schon praktisch auf zum cap durch oder kommen jetzt noch ein is hatten natürlich auch eine unschöne kanone von ihr es richtig drauf genau macht den centurion zenturion ging klar der zenturion ist jetzt im one shot bereich drei sekunden noch zenturion schaut gott sei dank nicht auf ihm ja sehr schön aber gerade bisher problem mit der gandipression gab das steht 9 zu 11 das spiel geht in die heiße phase sehr schön 10 zu 11 aber man sieht die gandipression ist halt der nachteil da muss er weit nach vorne fahren seiner kette da ihn nur und wie kann er der erste nicht treffen mann 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 heidi witzker da muss man aber noch ein bisschen mit dem aiming arbeiten der junge okay ich habe nichts gesagt da hat er auch wieder das thema gehabt er wollte wahrscheinlich weiter runter hat dann auf den drehkranz geschossen war auch nicht clever jetzt nimmt doch einfach die kommandanten luke oben ist doch groß genug ja genau so geht das so jetzt nimmt sich der die es ein herz so jetzt hat er erst getroffen jetzt haben sie beide eine ähnliche reload zeit und es kommt der pro sekunde jetzt muss er weg machen wo wir ging denn der hey dude musst schon auf ihn drauf schießen also hier im es stellt er sich jetzt so ein bisschen unglücklich an jetzt also last but not least hat er ihn doch gehabt so jetzt der kv 13 er muss auch wieder hier ja jetzt allein ja sehr schön so und der t29 es steht 12 zu 12 sechs kills hat er gemacht 5300 schaden sehr gut der hat jetzt nicht mehr viel aber es steht 12 zu 13 jetzt der amix bin ich gespannt was der erst drei noch erwehren kann gegen den der ist tot ist drei hat aber glücklicherweise noch recht viel hp der amix hochsekunden wird ihn nicht raus klippen können schätze ich mal je nachdem natürlich aber würde mich jetzt wundern so sieben kills hatte auf der uhr der achte steht praktisch schon da aber ich denke mal der ws wird ihn selber machen ja der ws schreibt schon gut job wz also da sieht man es gibt auch gegner die noch in der demut ordentlich dastehen so jetzt hat der is noch 92 hp sein achter kill wert ist damit und den glaube ich kriegt da die macht er klar auto emm und ja sehr schön der war gut gezielt 5900 schaden und eine sehr schöne gespielte runde wie gesagt beim bei diesen bis auf diesen einen schuss in den boden ansonsten alles gut gemacht für aber tier 9 schon fast pflicht in dem gefecht also mir jetzt gut gefallen panzer es war sehr verdient ich hoffe euch doch auch bis zum nächsten mal euer al karamba auch bis zum nächsten mal